Was das wichtigste Spiel der Saison ist, das wichtigste Spiel, das sind unsere größten Leute, das sind die stärksten hier in der Liga, in der Liga ankommen. Heute geht's nicht. Und ich will, dass wir heute mit 100.000 Prozent jeden verkannten Jahr wieder kämpfen. Kein Jahr mehr zu gelassen. Kein Pass wird ankommen. Nichts. Es werden Kammeltod, Intersetzungsgefühl. Es werden fucking D-Liner gepancakten. Es werden nur die Kammeltodäne gepancakten, die wir zeigen, was wir können. Heute, die Säte, an denen wir zeigen, was wir gesehen haben, als Warriors. Das ist die Motivation. Wir so 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 Motivation. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018